Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier war, die mein Befehl durch das Leipzig! Der Angriff Steiner hat mich belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverrechtlicher, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Die Stadt Feiglinge! Verreißer, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu jarren, mit einem Messer und Gabel hält! Jahrelang, dass das Militärme der Aktionen nur behiget hat! Es hat mich gegen nur als Bestimmungswiderstand in je weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Robber erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so vernahten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei ihm verlasse, irren Sie sich gewaltig! Er jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!